ein freundliches hallo von der garderole community hallo so wir sind hier das erste mal auf unserem multiplayer servo wo wir einen ganz einfachen spielstand mit der neuen map spielen mit dabei haben wir den toni den sven den froh tot und gar da und den anfänger ich würde sagen wir haben maschinen legt los die leute wollten gerade sagen aus dem koma kommen der garda hat kommen der anfänger wir sind sechs leute oder so als staat hier und haben zwei maschinen das ist gut wir haben da oben eine der gruppen muss wir haben einen sehen muss wir haben einen der ernten muss ein der abfahren muss und einen pick up und einer mitfahren muss bin ich schon drin was soll ich denn ansehen irgendwas ja mein vorschlag wäre dass wir müssen schnell versuchen nach ballen zu machen und zwar auf die billigste hat das ball nehmen und einfach verkaufen damit wir da mehr zusatz verdient haben also gerst und weiter hätte ich jetzt gesagt aber wenn nicht viel vergeben es dann den ballen ist nicht das habe ich schon gesehen toni aber du kannst schon mal dein zeug abfahren was im silo ist ja so ich bin im pick up ich komme jetzt sehr sehr nützlich vor wenn ich jetzt eine motorsäge hätte dann könnte ich einmal auf dem baum umsägen und den hier reinpacken und dann schon mal zum sägewerk fahren dann mache ich mich wenigstens irgendwie nützlich willst du das echt tun ob das eine gute idee ist mit den bäumen also das was ich gestern gemacht habe ich hier vorne hier steht doch ein baum hier guck mal das war kein baum da hast du dich eingeloggt das hat mir dann kauft ja eine so richtig und damit der kamer hat jetzt nichts zu tun das ist wieder super du bist das sehen wird gesät wird geguckt wird auch so was nehmen wir denn da mal da sehen wir mal in den stil ist ja klar so kein geld ich auch nicht hat das entscheiden warum hast du kein geld bist reingeloggt so soll ich mir das selber geben ja aber ich muss jetzt eh einen kredit abnehmen weil ich brauche noch eine maschine was nehmen wir noch nehmen den kleinen hörli mann reicht doch für dich ja aber überlegen wir wollen was mit ballen schnell anfangen das heißt wir müssen möglichkeit haben ein frontlater dran zu hängen im frontlater kannst du den roten case anbauen ich glaube an den lindner auch an den lindner gucken wir mal der klassischen garderole farbe mit roter lackierung und weißen felgen gerade nehmen wir standard zwillings bereifung breitreifen oder standard jetzt haben wir nur zu wenig geld dann müssen wir mal zur bank ich bin zu blöd mir geld zu geben auf jeden fall auch aber das kann man nur immer dem anderen geben warte mal nee genau nicht kann man nicht überweisen sonst überweise ich mein geld habt ihr externe kontos aktiviert äh ich glaube ja auf jeden fall so ach jeder von uns hat irgendwie geld jetzt okay aber wenigstens kann ich jetzt kaufen so also zack wählen okay du hast gekauft dann überweist mal euer geld mir bitte ich hab keinen Jens und Sven haben kann ich nicht kann ich nicht ausgegraut ja unsere professionell vorbereiteten server hier wenn ihr auch da was dann geht das nicht keine ahnung ich brauche einen traktor ja dann kauf dir ein ja scherzkeks merken sie wir drehen uns im kreis so äh baum so die richtung ist glaube ich gut sehr gut an dem kreis von 50 meter weg du willst jetzt echt da der baum ja das erste was du tust ist zerstören wenn der mal durch den boden versinkt gibt's da einen bug oder was ja kann man so sagen im multiplayer oder überall also mir ist es im singleplayer schon passiert erster baum umgesägt im boden versunken und kein geld dafür gekriegt der will das gar nicht abgehen jetzt doch nicht ich kann doch bestimmt den holzscheit hier unten rausziehen nee kann ich auch nicht wenn er klein genug ist geht das ja aber der baum steht ja noch drauf soll ich mal die zent dagegen fahren wo geht das ganze geld hin was ich hier die ganze zeit jetzt bei gada aufs konto nee der hat schon länger 60.000 oder habe ich mir die gegeben jetzt muss ich ans telefon immerhin komm jetzt hier mal voran die anderen zwei kommen auch voran das ist gut tony ist fleißig am abfahren und die erste ladung ist schon weg gut dann müssen wir jetzt nur noch ausfinden wie das mit dem geld geht ja und die zeit stelle ich auch mal zurück weil sonst haben wir gleich unterschiedliche wachstumstufen also ich habe minus 1 euro jup gada hat irgendwie 60.000 und teilt hier wieder nichts sven du kannst mir das geld nicht rüber geben was du hast du hast 20 nein kann ich nicht nein kann ich nicht habe ich probiert ok das ganze macht das ganze macht ein separates konto aus spiel speichern so ja ich gehe mal aus dem admin raus ich logge mich mal aus aus dem admin jo dann nehme ich jetzt halt das geld auf vielleicht kommt es dann wenn ich denn wüsste wie das geht sich als admin auszulocken wahrscheinlich gar nicht wäre ja auch so los ne geht irgendwie nicht ich komme auch nicht raus ich kann geld leihen wie blöd bekommt es aber irgendwie nirgends gutgeschrieben boah da ändert sich auch nichts da ist ja wieder gut fängt ja schon gut an ja ist keine ahnung hervorragend würde ich dazu sagen hervorragend würde ich dazu sagen roto bei dir klappt das noch oder soll ich abfahren äh könntest langsam abfahren ich hab 60% warte aber wir machen das professionell ich dreh mich noch bloß nicht durch die frucht für jetzt natürlich ich fahr mal zur bank vielleicht kann ich da was machen aber wenn du sagst du kommst aus der schweiz extra dahin dann wird da schon was gehen ähm basel welche bank es gibt keine mehr doch es gibt doch eine beim händler ja gut die ja ok die was hast denn du jetzt gedacht ja so einen externen bankautomat wie es immer gab aha ja aber das ist schon irgendwie komisch also er zeigt mir an dass er das geld nimmt tut er aber irgendwo nirgendwo was drauf tut er aber irgendwo nirgendwo was drauf das wird irgendwie wenn es um geld geht wird es ja immer beim schweizer wie denken oh und voll die laterne erwischen ja bei euch läuft's ja 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 und ich bei der bank so laien ok jetzt habe ich das maximum erreicht zurückzahlen kann ich auch wie willst das machen wir halt jetzt auch mal so am bankautomaten hat jetzt geklappt äh ne ich habe jetzt alles geld zurück gezahlt wieder ein bisschen was genommen und das geld hat sich auch nicht verändert bei uns auf den kontoständen und dass tony was abgefahren hat sehe ich auch nicht weil tony müsste ja dann auch geld haben ich habe wieder minus 1 euro eben das dürfte auch nicht sein das ist sehr sehr interessant das ganze grad so geldeinheit euro was haben wir hier in unserer finanzübersicht in unserer finanzübersicht ist das verkaufte auch nicht drin so separat das konto ausschalten das habe ich jetzt aktiviert das wird aber auch nichts bringen also ich habe immer noch 20.000 ok also es geht schon gut los wir haben irgendwie keine möglichkeit geld zu verteilen wobei das echt interessant ist weil auf den anderen servern wo wir lieber vorbereitet haben ging es ja ne keine ahnung keine ahnung warum das jetzt hier nicht gehen soll der einzige unterschied möchte ich jetzt hier nicht erwähnen aber ist der der 60.000 drauf hat und gut doch ja so kriegt man das sparschwein auch voll ja gut dann muss ich halt sowas zu tun haben also was hast du von der schubkarre und dann den foto abdanken jaja klar kannst du auch gerne fünf bahn mal ansehen wurde das eigentlich schon getestet? geht die schubkarre zum abladen? mhm hier stand gerade davor die beste physik hat die schubkarre nicht sie kippt leicht um da ist ja auch ein einrauch zwei und drei seiten kippo das liegt ja auch am bediener ich konnte sie gerade noch nicht mal aufnehmen äh noch nicht mal annehmen so jetzt habe ich wieder abgeladen also es müsste wieder geld gekommen sein also bei mir nicht du konntest die schubkarre nehmen? nein ich konnte sie auch nicht nehmen und ich konnte sie auch nicht nehmen die steht einfach nur da dann mach ich was falsch ab ich schaff's nicht wann erscheint das video? äh am besten fall noch heute oder morgen hallo 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 äh darf man hier überhaupt dazu? ja du kannst doch entscheiden aber wir haben im moment zu wenige Geräte ja das ist kein Thema aber ich würde es trotzdem gerne auf jeden Fall noch probieren ja probieren kannst du heute abend auf unseren äh Gesamtprobierserver und so äh Toni kommst du? bin schon da ach du gründer neulich musst du ja ja nicht den Barsen umfahren äh doch immer immer drauf den brauchen wir doch ja und äh super Sven darf ich irgendwas machen? möchtest du mal grubbern? ja lass mich mal grubbern kommen ja warte aber ich fahr die Bahn zu Ende das ist ja schlimm so egal wenn ich es jetzt direkt am Handy wäre und einkaufen würde auch mit 60.000 bekommt und zwar noch kein nötiger Traktor wie 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 heißt bin leer wie heißt euer Server? ich hab noch gehört ich war noch nicht im Forum ich guck im Forum äh so tu mir leid Sven dass du jetzt nichts zu tun hast ich glaub dir kein Wort ja wir müssen dir ein bisschen was zeigen wenn ich ne vielen Stunden euch hinterher renne ja ist alles gut quasi du brauchst dich nicht rechtfertigen ist gut wenn du willst kannst du doch gerne mal abfahren eine Ladung kann ich auch gerne gleich machen ich kann ja auch schnell alles mal ausprobieren dann haben wir hier mal gegrubbert ja gut dann stell ich dir mal nen Hänger voll mit Weizen dahin und den kannst du dann hochfahren zu der Firma Gold Quest Pacific Rain da haben wir den besten Preis ok so ich will nichts unterbrechen ich bin wieder da wunderbar ihr werdet nicht ihr werdet nicht glauben wer dran war wer war dran eins und eins und die haben dir ein gutes Internet versprochen wir schicken einen Servistechniker nein aber ein Termin für den 17.11 genannt hoi hoi hast du noch über zwei Wochen doch so warten bis das soll gehen naja das ist ja der eine Anschluss übermorgen kommt einer von der Telekom für die andere Leitung das sind ja beide DSL Leitungen gestört die von den Nachbarn auch aber er vermutet von dem Zeitfenster also da steht irgendwie in seinem System steht halt nicht was die machen weil das dürfen die nicht wissen sondern nur irgendwie 7 bis 18 Uhr und das sind normalerweise Termine wenn die so liegen dass ein Bautrupp kommt ok sagte er also wahrscheinlich wird die die Straße aufgebuddelt in 3 Wochen oder wann ist das? das Problem habe ich in meinem Ort auch komm mal den 25. in 3.. in 4 Wochen sehr bekloppt Entschuldigung die wollte ich nicht unterbrechen ich mache hier meinen Baum weiter und vielleicht kriegt er dann Glasfaser ja natürlich du kannst jetzt noch schnell warten weil wir haben jetzt die erste Viertelstunde wo wir hier ab dem Service mit großen Problemen der finanziellen Lage einem fetterer der einen für die Aufnahme fällt und einem Gartner der telefoniert und eins zu deinem News hat beenden wir nämlich schon die erste Viertelstunde und wir versuchen jetzt schnell im Hintergrund das Geldproblem zu lösen und dann sind wir wo ist mein Pickup? dein Pickup habe ich geklaut jetzt ich bin hier am verabschieden würdest du mir hier nicht ins Wort fallen? die Profis können das ja das hast du mir rausgebracht super und ob ich diese Probleme in Griffi und ob Garda sich an die Sprechregeln hier hält seht ihr in der nächsten Folge wenn es euch gefallen hat lasst ihr einen Daumen da wenn ihr nichts verpassen wollt abonniert ihr den Kanal und ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend Tschüss 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 Tschüss